Ohne ein krasses Fundament... Ja, was ist das? Hallo? Ich... Alter? Alter, ey, voll schwammig hier! Ah, ja, das ist geil! Ich dachte erst mal Kontrolle wäre jetzt komplett im Arsch! Das muss wohl an mir gelegen haben. Ah, ja. Aber... Da hab ich ihn vielleicht reingemacht. Weil der vom Albion, der wär glaub ich wieder weggeflogen. Ah, nee, nee, nee. Der wär auch so rein. Nein, du hast ihn da hingewinkt, dass du wieder was... Nee, der wär auch so reingegeflogen. Du hast den aber da hingepasst! Ja, aber der wär auch ohne mich ins Tor gegangen. Und ich musste ja irgendwas tun. Aber ich dachte, ich hätte... Der hätte den weg vom Tor gemacht. Das ist doch lächerlich, ey! Scheiß... Das ist nicht stark! Guck mal, der müsste Maverick eigentlich kennen, der Iceman. Ja. Warum? Ja. Weil der besser ist als ich. Hä? Ein Flieger. Doch. Oh Stefan, fick dich! Ja, was hast du schon gemacht? Der kackt schon wieder. Wieso? Wer war Fabian das? Ich weiß ja nicht, was... Ich hab den Ball äh... Nicht gespielt, ja. Ganz am Anfang gespielt. Nicht gespielt, ja. Haaa! Oh, da kommt der Ball wieder! Ja, hol ihn mal! Huch! Soll nicht so gut klauen. Ah, das erste Mal 100% Boost. Nice, das Gefühl. Jetzt kann ich auch Gas geben. Jetzt kann er Gas geben. Und jetzt! Jetzt! Ich halt hier auf ihn auf. Ah, so close! Kommt auch ne Rakete an, ey! So close! Was war das? Jetzt wird fast abgeschossen, die Rakete. Oh, leider, leider, leider. Oh-oh! Mewewewewewewew! Mewewewewewewew! Was denn hier? Oua! Oh, wo kommt denn der Ball jetzt hin? Wow, und da fliegt der so übers Spielfeld wie er mal war. Ja, hin und her nämlich. Funken. Alles lächerlich hier. Oh ja. Nee, nee, nee. Da musst du noch mal nachkacken. Haaa, so knapp kriegen wir es wohl nicht mehr hin. Wie hoch der schießt. Unnötig. Wenn ich ihn wegstoße. Wie er mich wegstoßt. Eieieieiei. Au, au, au. Aua. Der'n da für'n Bild. Eine Ente. Ach, das scheiß Auto steht an der Schräge. Ja. Oh. Wo nicht rechtzeitig hin. Ja. Ach scheiß, ich kann nicht mehr... ...kacke. Cold Gear. Hier. Spielt gegen eine Mauer. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, Gott sei Dank. Scheiße. Oh, Vieh. Ja, hallo, hier bin ich. Ich hab' den. Ich hab' den vorlage. Maverick hat's Tour. Fandell. Der war richtig geschlüsselt. Guck mal, was für ein Winkel. Ich hab' drei Paraden, ja. Was für ein Winkel zum Tor. Ich hab' drei Tore verändert. Zwei Paraden. Ich hab' drei. Drei Paraden. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ach scheiße, warum springt der denn nur nach links? was war das denn jetzt guckt noch mal in der nacht schau hier mal gucken wer da nach der albany war es ja du hast mich weggerafft ne der albany ja du mich und er dich ne der albany ne doch der albany war das cool verpasst den scheiß beide kann man direkt auf kann man direkt eigentlich aufgehen holen torschuss geht rein doch nicht doch ich hab mein auto wieder von dice geschmengelt krass ich will sowas tun weil ich weiß dass es nicht auch wenn du selbst zu dem top ist krass krass neiiiin letzte sekunde der wäre reingesammt ganz schlecht ich hab ein hypothetisches tor krass ja hätt Stefan ein tor gemacht Fabian vielleicht mal irgendwas hätten wir gewonnen ja aber so ist es auch nicht schlecht der Silberspieler ist besser als du Fabian und du nein nicht warum nicht weil ich drei Paraden habe ja und er hat nur eine das mir erzählt wie wichtig Paraden sind es geht doch von der Punkte aus ich dachte es geht von den Paraden aus ne verstehe ich jetzt nicht der fährt nicht ah der Torwart passt auf aber war auch nicht ganz so gut geämmt oooohh bisschen mehr ins Eck ja geil was ist denn geil ja ich musste so stark bremsen weil ich am Begriff war unter dem Ball durchzufliegen dann hab ich nach oben gewusst und dann war ich zu lange war das würde mir auch ganz komisch aussehen oooohh oooohh ach wollten Tor schießen dann mach ich wenn einer macht dann macht er mich schon sorry sorry ich schreibe mal omg omg nein nein danke nee oooohh oooohh mann warum glaubst du Fabian ist das Tor ne ich trau gar nicht ja aber er hatte ihn doch Fabian hat jetzt den Spamknopf entdeckt neiii wow Chat für vier Sekunden deaktiviert oooohh ganze vier Sekunden ah er war zu toll der ist gut der ist gut der ist gut dann mach ihn doch auch ja ich konnte ja wir springen ah ey die sind so durchlässig wie ein Schweizer Käser pfff ach da kommen noch mal eine oder wie der Eimer aus dem Lead ne wie der Topf der Topf war es ja es war gar kein Eimer oooohh oooohh mann ne oder war es der Eimer ich weiß es nicht mehr wer hat das Loch Stefan äh der Topf oder nicht oder ne der Topf hat ein Loch war der Eimer der Topf oder der Eimer der Eimer Eides 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 oder ist es nicht ein der Topf mich ja wer hat denn das Loch die Frau deine Mama der ist weg der hat und der ist zum Himmel gefahren hast du gesehen wie ein Blitz Piva Boy oh wer hat das verkackt aber weiß ich nicht ah der Micha Ah der Micha der macht noch nichts der lässt sich unterbuttern Gesehen? Das nennt man Unterbuttern, wenn der Spieler einfach über den drüber rollt. Guck da, so muss man das machen. Schön aufhalten. Oh, oh. Ah, da kam wieder ein Gegner aus dem Nichts. Der Hölle. Ja, das antworte ich demnächst, wenn mich irgendwer fragt, ja, wo befindet sich denn die Hölle? Ja, in dem dritten Quadranten links vom Tor auf dem Rocket League Feld. Genau da, da ist die Hölle. Sehr gut, ne? Ja, und dann guckt der Priester seltsam, was ist denn mit dem Kind los? Der hat vor einer Bibelstelle gelesen, die ich noch nicht kenne. Ja, die Bibel, die Bibel, die wirkt vieliger Heimmasse. Da kann man noch vieles entdecken. Ist irgendwie besser ohne den, ne? Oh. Fass ist das mein Wesen. Sie ist ja nicht auch, ist dieses Jahr noch Olympische Winterspiele vielleicht? Also, ne, ne, Sommerspiele was? Ne, Sommerspiele, ne, was war? Weiß man. Oh, das war schwierig, den nicht zu machen. So. Das war schwierig. Hast du eine gute Leistung erbracht, oder was? Ja, wie mein Sim, ne? Also, in der Abwehr wäre das schon gut gewesen. Einmal Trainingsschuss war das. Das war, ich wollte zaubern, glaube ich. Dann passiert es aber schon. Ich möchte hier cool runterspringen. Zack, unterbrach er sich den Fuß. Hä? Das ist richtig gut, ey. wie möchtest du denn von diesem Hausdach springen? Ja, ziemlich cool natürlich. Okay, dann erschwere ich dir den Wurf um 50. Oh, habe ich nicht geschafft. Ja, du brichst dir leider den Fuß. Was? Aber ich möchte möglichst cool dabei aussehen. Was ist denn das? Das war so ein Pen & Paper Spiel. Alle sind halt darunter geklettert, ganz normal, von so einem scheiß Hausdach und der Simon meinte ja, ich möchte möglichst cool, dabei aussehen und dann wird ihm das halt erschwert, weil er wollte sich alle runterschwingen. Dann hat er es nicht geschafft. Schade. Der lief auch die ganze Zeit nackt. Nice. Ey, ich glaube, unser Talent liegt mehr in der 3 in 2 auf. Moment, wieso war denn hier gerade eben, warum stand da unten Bronze? Ich glaube, ich bin heute ganz in die Liga abgestuft worden. Hab was cooles probiert, hab was cooles probiert, hab was cooles probiert, hab was cooles probiert. Was denn? Das war einfach nur, weil der krass ist. Und du das nicht gehalten hast. Ja, wo kam der Ball daher? Von oben. Gibt's da gar nicht. Doch. Pringeln die da wieder. Ja, schon wieder, ey. Was ist das? ich kam halt zu spät, weil ich gerampft wurde. Ja, ich wollte da hin. Ja, du hast die letzten 2 Male, war bei dir nicht so gut beim Start. Ja. Ja. Was ist das? Ist dein Auto nicht so gut für, glaube ich. Ich habe noch nicht genug geübt, glaube ich. Ich glaube. Boah, wie stehe mich da da zum Ball fest. Ich habe mich auch gerührt. Weiß ich nicht. Toll. Das ist meine Motorhaube im Arsch. Hallo. Hallo. Ich weiß auch nicht, was der da macht. Was ist denn das? Der hat nichts gemacht, der Gegner. Was ist denn, ich wollte dich täuschen? Ich wurde ein bisschen weggeschubst am Anfang. Wie heißt das nochmal, wenn ich mich drüberrollen darf? Was? Das ist doch erklärt, wie das heißt, wenn man über einen drüberrollen darf. Darf? Nee. Echt das? Wenn jemand über dich drüberrollt, einfach so. Und wie heißt das? Ja, dann lässt du dich unterbüttern. Hallo. Ich würde dich weg. Ja. Und was ist, wenn man nur Margarine mag? Was? Das hat ja damit nichts zu tun. So. Dachte ich kurz. Aber was ist mit Nutella? Mit oder ohne Buttern? Mach das mit. So. Dann hätte ich doch gerne eine Nutella-Statzen. Das ist ein Peller. Der eine Peller. da muss der Michael jetzt ein Tor schießen. Aber so unter mich. Oh. Das ist ein Peller. Ah nez da. Ich fuhre. Kein boost. Vi. Was. Park. Wie heißt das? Park. Pugr. Pugr. was ist das für ein schrecklicher Name ja ja nur noch ein bisschen ja 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 auch schlau dass ich da gedoppelt die schlau also es wird wieder nicht berücksichtigt Doppelter Torschuss oder so äh fuck you man you couldn't even jump I can jump oooh oh wenn er will hoho jetzt prasselt es aber auf das Tor bei dem man immer weiter Pam nochmal und nochmal der Bergenmanager der macht irgendwas weg oh warum kann der da schneller dran sein doch gar nicht egal der macht weiter okay guter pass guter pass guter pass ist richtig abgefuckt och was denn ja quatsch der wäre auch so reingegangen ja ich hab's halt probiert was kann ich dafür wenn mein Auto nicht schnell geliebt ist ja nächstes mal gehe ich da halt nicht dran ja genau bleib ich stehen genau du hättest ihn auch nicht bekommen du warst ja noch weiter hinter mir quatsch du warst hinter mir du wärst ja noch später am Ball gewesen ich bin sehr sicher dass ich die nicht in unser Tor geschockt hätte ja aber das soll jetzt auch nicht passieren ich darf ja nicht mehr mit's Maul ich hätte ihn da rausgeholt ja mach doch sind wir eigentlich auf dem Todesstern hier? diese Türme? und im Ring des die lassen die es vermogen ja durchgerädert durchgerädert ich fühle mich wie gerädert lelelelele ach ja übersteigt halt meine kühnsten Träume ach man ach man ach der kommt halt immer direkt einer jedes Mal ach ach so close Team is down uuuuuh can i go can i go can i go uuuuh Kiste Gruselspaas hab ich bekommen krass momentan ne klasse Gold Gold 1 wow Bronze bin ich jetzt? Silberrang? verstehe ich nicht wieso kann ich mit hä ach 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 ich kann verbleibend was passiert denn hier? huh nobody is searching i don't know oh oh da kam ich wohl zu spät oh oh jiffi App jiffi 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 Da muss ich handeln. Oh, Herzverkehr ist bei 74, ich bin beim Tod. Ist das so? Schweinlich. Oh, da kommen die Dreierkanone. Ah, da hab ich ihm den Boost geklaut. Ja, aber er ist dann auch langsam weitergefahren. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Huch, was ist das denn da von einer? Hopp, hopp, hopp. Er hat wohl Roboter. Ja. G-Gessen. Ah. Gibt's ja gar nicht. Ja. G-Gem�! G-Gem�! Na ach, scheiße. Wie sieht der Weg wieder raus? Ich zeige das. Ich gucke mir das an oben. 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 Mann für immer so ein Millimeter aber der nimmt den aber hat er nicht hat er einen bei der Jig was? den musst du doch mitnehmen naja dachte ja aber ich wäre mir zu schwer zu verantworten ich rücke aus vor die Tore der Stadt oh ja oh der Jig schon wieder ach scheiße warum springt der denn da ist aber springbar er ist so sensitiv sensitiv sensitive ich bin so sensitiv was war denn da schon wieder? ja was soll ich die waren da alle was? die waren da alle direkt vorm Tor und ich kann nicht ja aber ich hab doch nicht die Zeit um einmal da die Kurve zu machen und dann hinter den Ball zu fahren ich muss ja üben ich geh doch einfach gar nicht dran ja dann wär ins Tor gerollt ja dann wär ins Tor gerollt also ich hab nur gesehen dass ich den gegen dich gepresst hab weil du von der anderen Seite kamst ja und? ja und da hätt ich den weggeschossen du hast ihn halt zu uns gepresst ja aber was kann ich dafür wenn du den gegen mich schießt dann sagst du dir mir jetzt Tor rollen weil ich hätte den weggeschossen und ihn stand halt vor mir als sei das knapp quatsch das guck ich mir gleich nochmal an ja ich versuche da waren die Gegner und die hätten ihn auf jeden Fall reingemacht oh ja wer macht wer macht wer macht oh ups kam auch nix der zweite oder der dritte Mann alter oder wer war da ips ips oh wo wird der denn hingespielt da war ich schuld da war ich schuld wurde mir ans Dach gespielt wär ich nicht da gewesen wär der da nicht so angeflogen ist so ich hab vorher wissen konnt oh was für ein Mittelpass ja da erkennt das Spiel das auch ausnahmsweise ne direkt macht er den einfach der braucht boost wow nata ist mir gegeben Achtung hab ich gut gemacht ne ja und nicht zum Ball jetzt hau weg da nee nicht so hoch ne ich darf ja nicht nicht soo hehehehe da wird er dann gegen mich gespielt und dann geht er ins Tor wurde mir gesagt in solchen Situation bleib ich lieber weg hehehe ha man warum geht denn da nicht rein hä das ist so geil wenn man eine von euch beiden irgendwas sagt danach ist totales Sinn ja dann sag doch sowas nicht nicht nein so wie als ich dich immer gesagt hab LOL das ist so geil das ist so geil das ist so geil du nicht das ist so geil das ist so geil das ist so geil